Hallo und herzlich willkommen zu den Tag of News. Welcome back. Letzte Zeit ist viel passiert. Waffen wurden verändert, Munitionstypen wurden verändert, Penetrationswerte wurden verändert, Blunt-Damage sogar wurde verändert, viele, viele Kleinigkeiten. Wichtiger vielleicht der Dynamische Loot, der eingeführt wurde, wo wir zuerst sagten, hey, das ist ein Event, mittlerweile ist es immer noch drin, wir wissen, das ist kein Event, das ist eine permanente Veränderung, die jetzt fast schon täglich, wöchentlich weitere Veränderungen erlebt. Also viel, viel passiert, viele Kleinigkeiten, Dynamische Loot ist schon eine große Sache. Aber jetzt ganz aktuell nochmal drei Veränderungen, die ich euch unbedingt erzählen muss. Let's go. Der Kappa-Container, der ganz ursprünglich als Meme-Objekt in Escape from Tag of eingeführt wurde und dann durch die Veränderungen im Spiel plötzlich von jedem geholt werden konnten und wollten, wurde in 12.11 hinter Level 71 versteckt. Also er wurde wieder zum Meme-Container und konnte nun sehr, sehr schwer gefarmt werden. Mit sofortiger Wirkung ist der Kappa-Container aber wieder mit Level 62 zu erreichen. Auch die Epsilon-Quest, also diese XP-Quest, wo man wirklich relativ viel XP kriegt für die Abgabe des Epsilon-Containers, ist reduziert worden auf Level 60. Das bedeutet, dass dieser Kappa-Container wieder für einige Grinder in greifbare Nähe kommt. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, könnte das bedeuten, dass sich der Release des Omikron-Containers verzögert. Wir sind bisher davon ausgegangen, dass der Omikron-Container diese Lücke zwischen Gamma und Kappa schließen wird und durch die Eigenschaft, dass man kein Items im Raid hineinlegen kann, möglicherweise ein toller Ausgleich für den Kappa-Container ist. Es bleibt also weiterhin spannend, was mit dem Omikron-Container passieren wird. Die Freischaltung des Flea-Markets wurde von Level 20 auf Level 15 reduziert. Das heißt, seit ihr zwischen Level 15 und 19 habt ihr jetzt den Flea-Market freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch! Ich persönlich würde sagen, diese Zeit zwischen Level 1 und 20 war eine sehr besondere Zeit ohne Flea-Market. Ich habe sie wirklich genossen. Ich habe diese Erfahrung vorher noch nicht gekannt. Das war wirklich außergewöhnlich. Ich kann es aber auch absolut nachvollziehen, dass diese Grenze auf 15 reduziert wird und denke, dass es eine gute Entwicklung im Spiel ist. Der dynamische Loot wurde um 27% erhöht. Definieren wir zuerst den dynamischen Loot. Dynamische Loot bedeutet, dass High-Tier-Level-Loot, also zum Beispiel Grafikkarten, Ledex, Optalmoscopes und so weiter, nicht mehr an fest vorgesetzten Orten spawnen können, sondern frei auf der Map, also global verteilt sind. Der Low-Tier-Level-Loot, also einfache Loot, ist dabei unverändert geblieben. Die Anzahl, die Menge des Loots ist unverändert geblieben. Und die Loot-Spots, also die Punkte, wo generell Loot spawnen kann, ist ebenfalls unverändert geblieben. Das hat prinzipiell dazu geführt, dass die Spieler das Gefühl hatten, dass der Loot reduziert war und zwar stark reduziert war, weil die natürlich viel weniger Loot insgesamt finden konnten. Ein weiteres Problem war, dass die Schlüssel sinnlos wurden, da die Schlüsselräume nicht mehr diesen High-Tier-Loot beinhalteten und somit als Hotspots für Fights oder auch für Loot-Runs komplett rausgefallen sind. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde Loot in den letzten Tagen und Wochen mehrfach erhöht, aber ohne sichtliche Auswirkungen. Die jetzige 27%-Steigerung ist im Vergleich zu den letzten Steigerungen sogar relativ wenig, führt aber zu einem massiven Anstieg von Loot. Zusätzlich sind nämlich neue Loot-Spots gelegt worden, das heißt, an Orten, wo bisher kein Loot gespawnt ist, können jetzt Loot-Punkte sein. Möglicherweise hat diese Kombination von der Erhöhung des Loots allgemein um 27% plus die Einführung von neuen Loot-Spots dazu geführt, dass der Loot sprungartig gestiegen ist und wir jetzt so viel Loot finden. Auch scheint es so zu sein, dass der dynamische Loot nicht mehr komplett global ist, sondern sich auf Regionen bezieht, also zum Beispiel eine Region in den Dorms möglicherweise höheren Loot hat als der Bereich drumherum oder sogar einzelne Loot-Spots wieder eine feste Definition bekommen, dass dort beispielsweise ein Ledex spawnen kann. Der dynamische Loot wird sich sicherlich noch massiv verändern in der Zukunft. Wir werden sehen, was noch auf uns zukommen wird. Vor allem da ja auch jetzt 12.12 vor der Tür steht, wo wir eine neue Map bekommen, Lighthouse, der begehbare Ingame-Händler, neue Waffen, die Ska-M, die Ska-L möglicherweise, die doppelläufige Shotgun, das Inertia-System, also das Straycat-System, was in Tarkov eingeführt wird. Also da kommen noch massive Veränderungen auf uns zu. Es bleibt spannend. Hier ein Video, 10 Ska-Frunden auf Interchange. Lohnt sich das momentan noch mit dem dynamischen Loot? Wie schaut es da aus? Wen es interessiert, schaut gerne rein. Ich sage in der Zwischenzeit, bleibt sauber, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.